Hallo, wir berichten heute live vom Gerichtsrat in Husum. Die Gebüter sind erhitzt, schwere Vorwürfe werden erhoben. Was ist geschehen? Der Krüge-Schönster ist ins Zweig geschlagen! Es ist ein Krug, ein bloßer Krug. Ich kann Recht so jetzt, jetzt so, so erteilen. Der Herr Gerichtsrat Walter kommt aus Utrecht. Der ist in Revisionsbereisung auf den Ämtern und heute noch trifft er bei uns ein. Es ist der zerbrochene Krug nicht, der sie wurmt. Die Hochzeit ist es, die ein Loch bekommen. Von seiner Unschuld völlig überzeugt komme ich hierher nach abgemachtem Streit, sein ehelich Verlöbnis aufzulösen. Den Krug Zertrümmerer judizieren Sie nicht, denn der sitzt nicht schlechter euch als in der Hölle. Blödsinnig folgt das. Herr, wenn ihr jetzt nicht helft, sind wir verloren. Wie gesagt, setze ich nicht vor. Herr! Ja! 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 Vielen Dank.